Hallihallo, ihr befindet euch in Karos Einfallsreich im wunderschönen Schwabach. Heute habe ich mal was anderes für euch und zwar hatten wir letzte Woche unser Teamtreffen. Deswegen ganz letzte Woche auch kein Video, weil da habe ich nämlich jede Menge vorbereiten müssen. Aber der Vorteil für euch ist, ich habe auch jede Menge Ideen und Inspirationen mitgenommen. Das heißt, da können wir jetzt hier noch wochenlang davon zehren. Und das Erste, was ich euch zeigen möchte, sind meine Swaps. Da habe ich so eine ganze Kiste voll. Das wollte ich euch nicht vorenthalten. Wenn ihr nicht wisst, was Swaps sind, das sind Tauschprodukte, also zu Swap austauschen. Das heißt, jeder macht irgendein Projekt, was er sich ausgedacht hat. Und zwar von dem Teil dann so viele, wie Leute anwesend sind. Und man bekommt jeder von jedem eins. Das heißt also, wenn zehn Leute anwesend sind, kommt man mit, wenn man sich selbst mitrechnet, mit zehn Ideen wieder heim. Und das ist ziemlich cool. Und die Ideen, die ich hier mitgenommen habe, die habe ich hier in dieser Kiste. Die zeige ich euch jetzt mal. Ich muss gestehen, ich weiß nicht mehr bei allem, wer das gemacht hat. Es haben viele draufgeschrieben, wer es war. Und viele haben es nicht gemacht. Das heißt, Mädels, wenn ihr euch entdeckt, dann schreibt ihr mir bitte einen Kommentar oder schreibt mir per WhatsApp. Und ich schreibe dann unten in die Infobox rein, von wem das war. Weil wir waren so viele, ich weiß es einfach nicht mehr von allen. Ich fange mal an. Ich habe eh schon wieder viel gelabert, ohne irgendwas zu machen. Deswegen fange ich jetzt an. Das waren unsere Tischgoodies. Da hat jeder von uns eins gekriegt. Das hat die Claudi gemacht. Claudia Ficht, unsere Team-Mama, Oma, wie auch immer. Also unsere Chefin, in Anführungszeichen. Die hat uns hier diese Tischgoodies gemacht. Und falls ihr euch jetzt wundert, wie ist das eine leere Verpackung? Da war was drin, aber ich hatte Besuch und ich kaufe immer keine Süßigkeiten, damit ich nicht selber das ganze Zeug immer futter, weil ich bin eh schon fett genug. Und ich habe dann das auf den Tisch gestellt und habe gesagt, überall, wo ihr was zu essen drin findet, könnt ihr es rausessen. Deswegen, es war überall was drin und wenn es leer war, waren es Süßigkeiten. Hier waren auch irgendwelche Süßigkeiten drin. Ich weiß aber nicht mehr was, weil ich habe sie selber nicht gegessen. Ja, lange Rede kurzer Sinn. Das war von der Claudi. Dann, das kann ich auch zuordnen. Das hat die liebe Ingrid gemacht. Die hat hier auch einen Kanal und zwar Papierstoffig ist. Den verlinke ich euch auch unten in der Infobox. Die hat hier diese Box gebaut. Kann man hier so öffnen. Und innen drin verbirgt sich eine Spudeltablette zum Baden oder zum Fußbaden. Sehr, sehr schön. Machen wir gleich wieder zu. Oh, da muss man auch nichts kleben an dieser Box. Das ist natürlich besonders schick. Und hier oben kommt die Klammer wieder drauf. Das ist mit dem neuen Celebration Papier gemacht. Hat sie doch tatsächlich diese ganzen Viecher ausgeschnitten. Fleißig, fleißig. Ich packe vielleicht mal die Kiste zur Seite. Dann sieht man die ganzen Produkte auch viel schöner hier. So. Dann habe ich ein etwas, das gefällt mir sehr gut. Ich weiß allerdings nicht mehr, von wem es ist. Das war auch sehr, sehr fleißig, hier dieses ganze Papier selber zu bestempeln. Und das Coole ist, das ist auch so eine Box ohne Kleben. Und da ist ein Tee drin. Und ich finde das auch sehr schön, weil man das, finde ich, zum Beispiel auch bei so Geburtstagen, Taufen, Hochzeiten, was auch immer, als Tischkärtchen auch hinstellen kann. Also da kann man ja nicht nur Hallo, sondern auch noch den Namen draufschreiben. Das finde ich ziemlich cool. Wer auch immer es war, schreibt mir bitte und dann verlinke ich es in der Infobox und schreibe rein, wer es gebastelt hat. Dann haben wir auch ein ganz aufwendig gefaltetes Teil. Sehr cool. Das ist dann auch schon weihnachtlich. Bei uns ist ja hier vieles winterlich, weihnachtlich schon, weil wir Demonstratoren basteln ja schon vor. Wir müssen uns ja schon vorbereiten auf diese Saison, die dann kommt. Deswegen ist bei uns schon ziemlich Weihnachten angesagt gewesen. Jetzt machen wir das hier mal auf. Wenn ich es denn aufkriege. So. Sehr, sehr cool. Und innen drin ist nicht mehr viel. Das heißt, da waren mal Süßigkeiten drin. Ah ja, genau, da ist noch so ein kleiner Umschlag. Ich glaube, da war was Süßes draufgeklebt. Und innen drin ist ein kleiner Einkaufs-Euro. Das finde ich sehr, sehr praktisch, das Geschenk. So. Und hier das Papier ist übrigens auch ein Celebration-Papier. Ist auch sehr, sehr hübsch. Gut, dann packen wir das mal zur Seite. Da mache ich jetzt mal gerade kein Schleifchen rein. Das dauert mir jetzt zu lange. Dann, was haben wir hier? Haben wir ein Winterrad. Da steht jetzt ein Name drauf. Gott sei Dank. Fräuleins Manufaktur hat das gebastelt. Seht ihr hier? Hier. Sehr schön. Das gefällt mir sehr gut. Das ist eine super süße Deko. Also, das dreht sich nicht. Aber ich finde, das ist eine sehr, sehr hübsche Deko-Idee. Das Papier gibt es leider nicht mehr. Das war ja in der letzten Celebration. Aber da findet ihr ja jetzt im aktuellen Katalog auch noch ganz andere tolle Papiere, mit denen man das nachbasteln kann. Hübsche Deko-Idee. Sehr hübsch. Das weiß ich auch, von wem das ist. Das hat die Gitti gemacht. Die Brigitte hat hier auch einen eigenen. Brigitte Schwetz. Die hat hier auch einen eigenen Kanal. Den werde ich euch auch in der Infobox verlinken. Und das ist eine Karte mit Effekt. Wer die kennt, der weiß, das ist nicht einfach nur eine ganz normale Karte. Wenn man das hier aufmacht. Ups. Seht ihr diesen Effekt? Also hier haben wir hier so ein 3D-Element mit drin. Okay, also meine neue Beleuchtung ist doch nicht so toll, wie ich gedacht habe, dass sie ist. Das fällt mir bei der Gelegenheit auf. Aber sehr cool. So. Ups, jetzt hat es sich behakt. Gut. Das machen wir auch mal beiseite. Von der lieben Gitti. Sehr, sehr schön. Gar kein Platz hier für die ganzen tollen Sachen. Dann. Ah ja, genau. Da ist auch leider. Das war hier mal mit einem Schleifchen zugebunden. Ein süßes kleines Täschchen mit dem süßen kleinen Pinguin drauf. Den ich sehr, sehr goldig finde. Und seht ihr das hier? Das finde ich auch ganz cool. Das wusste ich vorher nicht. Der Spruch aus dem Pfirsich-Set, der passt hier auf diesen Luftballon von den Pinguinen drauf. Das ist sehr, sehr cool. Da drin war bestimmt irgendwas Süßes. Und gemacht hat es Manuela Frömmel, Manu's Kreativkiste. Super coole, kleine Idee. Ist ein schnelles Goodie, aber es ist echt putzig. Dann, was haben wir hier? Ah, okay. Das ist von der Sabrina. Das weiß ich auch. Steht auch unten drauf. Sabrina Stempelwelt. Die hat hier auch ein ganz, ganz süßes kleines Böckchen gemacht. Man sieht, wenn man hier oben reinschaut, im Panzer von der Schildkröte ist praktisch ein Sichtfenster, wo wir sehen, was drin ist. Und wenn wir es dann hier rundherum sind, die kleinen Schildkrötchen gestempelt. Und wenn wir es aufmachen, ist da eine kleine Marmelade drin. Sehr putzig. Gefällt mir sehr gut. Dann, was haben wir hier als nächstes? Das weiß ich auch. Das war die Tanja, die Tanja Kulture. Hier geht es so auf. Genau. Da war wohl auch was Süßes drin. Weil es ist jetzt auch weg. Hoppla. Das ist auch eine ganz tolle Box. Die hat einen integrierten Deckel. Und die ist auch ohne Kleben. Gefällt mir sehr gut. Oder beziehungsweise nur der Deckel hier ist geklebt. Und hier ist es so gefaltet. Ganz toll. Und ich weiß, von der Tanja gab es auch eine Anleitung dazu. Das heißt, das kann man vielleicht irgendwann mal in eigener Gestaltung nachbauen. Sehr cool. So, das ist jetzt wieder von der Claudi, von unserer Team-Mama. Das ist ein kleines Täschchen, auch ohne Kleben. Da ist ein Brillenreinigungsduch drin für unsere ganzen Blindschleichen. Geht ja auch für Sonnenbrillen. Wir haben ja Sommer, da kann man auch Sonnenbrillen reinigen für die, die noch gute Augen haben. Und hier ein Schweinchen mit Brille. Das ist sehr putzig. So. Dann haben wir was, so was ähnliches wie von der Ingrid. Da war auch was Süßes drin. Aber es steht leider auch nicht drauf, wer es gemacht hat. Aber finde ich auch sehr schick, weil ich dieses Papier einfach so toll finde. Dieses elegante Papier mit dem folierten. Sehr, sehr schön. Was haben wir hier? Hier haben wir eine Ananas, die auch ganz aufwendig gefaltet ist. Sehr cool. Wer sie gemacht hat, kann ich mich leider auch nicht erinnern. Ich muss sie jetzt auch mal ein bisschen zerstören, weil sonst können wir gar nicht gucken, was drin ist. Es ist noch was drin, also ist es nichts zu essen. Oder die Fränzi mochte es nicht. Doch, da ist noch was drin. Was ist da drin, was ist da drin? Ah, genau, das hat sie uns auch erklärt. Das ist so ein Eiswürfelersatz. Also das kann man praktisch einfrieren, das Teil. Und dann in Getränke geben. Und dann kühlt es die Getränke. Auch eine coole Idee. Vor allem hier in der Ananas. Eine Ananas ist natürlich extrem geil. So, die werde ich jetzt hinterher wieder zusammenbauen. Die lege ich mal beiseite. Dann haben wir hier einen süßen kleinen Anhänger. Das schönste Geschenk bis gemeinsame Zeit. Von der kreativen Papierfee. Und innen drin ist ein Tee. Das ist die Fränzi Haag, wenn ich mich nicht ganz täusche. Kreative Papierfee, glaube ich. Jawohl. Was haben wir hier? Das ist auch was ganz Cooles. Das ist nämlich ein Geschenkanhänger. Und gerade zu Weihnachten verschenkt man ja oft mal Geldgeschenke. Und da kann man hier seinen Geldschein zusammenrollen und da reinpacken. Dann kann man das irgendwo entweder noch an den Geschenk mit dranhängen. Oder auch an den Weihnachtsbaum hängen. Sehr cool. Coole Idee. Dann da, das weiß ich auch. Das ist die Melli. Melli Stempel Werkstatt. Melli Stein hat das gemacht. Das sind Geschenkanhänger. Und die sind hier so in 3D-Optik. Und haben so ein Schüttelfensterfeld. Also da gefällt mir eigentlich alles dran. Muss ich sagen. Ich liebe dieses Papier, das es jetzt dann im neuen Katalog gibt. Im Mini-Katalog. Juli, Dezember. Ich liebe die Farbkombi. Ich finde total geil, dass es ein Schüttelfenster hat. Also da bin ich rundum begeistert von diesem Ding. Geht euch das auch so, dass wenn man so ein Schüttel-Element hat, dass man ständig am Schütteln ist wie so ein Dummi? Ja. Ich mache das auch mal. So, was haben wir hier Schönes? Das ist auch eine kleine Box. Und zwar von Malu Kreativ. Ah, genau. Das ist die liebe Marisa, die das gebastelt hat. Und das ist wohl was, was die Fränzi nicht mag. Also für eine süße kleine Süßigkeit hier Platz. Dann haben wir ein Lesezeichen. Auch sehr schön mit dem schönen neuen Herbstpapier, was es jetzt dann im Herbst-Winter-Katalog gibt. Der übrigens nicht mehr Herbst-Winter-Katalog heißt, aber bei mir immer Herbst-Winter-Katalog heißen wird. Mit Magnetverschluss. Dann kann man es um eine Seite rundherum schließen. Ich weiß immer, wo man das letzte Mal in seinem Buch war. Auch eine sehr coole Idee. Dann, das weiß ich, wer das war. Das war die Reini. Die hat zwar auch nicht drauf geschrieben, wer es war, aber ich konnte es mir merken. Ab und zu merkt man sich ja auch mal was. Das ist auch eine ganz coole Idee. Und zwar hat sie uns einfach so einen Fächer gemacht mit allen Prägefoldern, die es momentan im Katalog gibt. Das heißt, man hat wie so ein kleines Cheat-Sheet und kann sich das irgendwo mit seinen Prägefoldern dazu tun. Und kann dann gucken, okay, was gefällt mir heute bei meinem Projekt. Und kann sich hier die verschiedenen Prägemuster mal anschauen und dann das passende auswählen. Auch eine sehr gute Idee. Vielen Dank, lieber Reini. Dann haben wir eine Verpackung für einen Duschbad oder einen Badezusatz. Das ist eigentlich total simpel gemacht, aber mir gefällt die Farbkombi total gut. Ich wäre, glaube ich, nie auf die Idee gekommen, den Pfirsich in Bombermoser zu stempeln. Gefällt mir aber mega gut. Und haben wir mal wieder Glück. Hier passt natürlich auch prima zu diesem Duschbad dazu. Zu diesem Badesalz dazu. Sehr cool. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das ist von der Sabine. Die Sabine darf mich gerne korrigieren, aber ich glaube, das ist die Sabine gewesen, die das gemacht hat. Sabine und Papier. Dann haben wir hier wie ein kleines Büchlein, da war, glaube ich, mal eine Schleife dran. Die ist jetzt offen, da kann man reingucken und innen drin Kreation von Susefine. Das ist prima, dass sie uns geschrieben hat, wer es gemacht hat. Ich gehe mal davon aus, da war auch eine kleine Süßigkeit drin. Ein mega, mega süßes kleines Geschenk. Schaut fast aus wie so ein kleines Buch. Da könnte man so ein Buchgeschenk mit dazu packen und noch eine kleine Süßigkeit mit reintun. Sehr, sehr putzig. Gefällt mir sehr gut. Dann haben wir hier noch die neuen Kissenschachteln und ich glaube, das ist jetzt von der anderen Sabine. Wir haben zwei Sabines im Team. Die hat das, glaube ich, gemacht. Das sind die neuen Kissenschachteln in dem... Das ist so eine Stanzform. Das heißt, da muss man gar nichts mehr selber bauen eigentlich, sondern man muss nur diese Stanzform nutzen und das finde ich total cool. Und man könnte jetzt, also rein theoretisch hat man ja hier noch so wie so einen Verschluss. Den könnte man hier vorne dann noch zubinden. Man kann sie aber natürlich wie diese klassische Kissenschachtel eben auch seitlich verschließen. Das heißt, man hat ziemlich viele Optionen. Vielen Dank, Sabine, dass du uns das gezeigt hast. Gefällt mir sehr gut. Und dann haben wir noch ein allerletztes Projekt. Aber gut, es ist schon ein bisschen transportgeschädigt bei mir. Ich glaube, das sollte nicht eingeknickt sein. Das ist auch ein cooles Projekt. Das ist nämlich eine längliche Explosionsbox, die nur so zur Hälfte runter geht. Finde ich sehr cool. Und innen drin ist ein kleines, ich weiß nicht, eine kleine Glücksfee vielleicht oder ein kleines Schutzengelchen. Auch sehr putzig. Und das hat, glaube ich, die Sini gemacht. Ah, da unten steht es drauf. Wunderbar, da steht das. Und natürlich schmeiße ich jetzt die kleine Fee. Ja, genau, die Sini Ungar hat das gemacht. Stempelhexereien. Auch sehr putzige Idee. So, schauen wir mal, ob wir es wieder verpackt kriegen. So, jawohl. Sieht man jetzt alle meine Schätze? Die kann man gar nicht so richtig alle hier sehen aufmalen. Da ist der Bereich viel zu klein für diese ganzen tollen Sachen und diese mega tollen Ideen, die ich hier alle mitgenommen habe von unserem Teamtreffen. Ach, genau. Und ich habe natürlich auch was gebastelt. Und zwar habe ich, ein paar habe ich noch übrig, habe ich so kleine Verpackungen gebastelt. Da verbirgt sich innen drin ausnahmsweise mal nichts Süßes, sondern ein kleines Fläschchen mit Glitter drin, in das man aber hinterher auch unseren Mehrzweckflüssigkleber einfüllen kann. Das verwende ich ja auch immer ganz gerne. Da habe ich mir gedacht, bestelle ich allen eine. Die kann man dann schön weiterverwenden hinterher. Und wie ich das gemacht habe, zeige ich euch dann in meinem nächsten Video. Jetzt verabschiede ich mich erst mal von euch mit diesen mega vielen tollen Ideen. Hoffe, ihr hattet Spaß und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank.